Ich hab ne andere Idee, wir fahren jetzt mal hin. Ich hab ne andere Idee. Das ist Pidleitstelle, 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 was kann man für sie tun? Ah, Pidleitstelle? Was? What the f**k? Ach, heute kann ich für sie tun. Oh jee. Jetzt nimm ihn doch! Nein, zieh sich jetzt in die Hose wieder an, Herr Klein. Ich glaub grad hier mein Körper. Zieh sich jetzt in die Hose wieder an. Das wird niemand sehen. Das wollen sie doch. Nein, das will ich nicht. Zieh sich jetzt in die Hose wieder an. Wenn ihr beide auf einmal wollt, dann kostet das extra. Die Notrufzentrale des LSBD. Sie sprechen mit der Pidleitstelle. Sie sind sicher, letztes Angebot. Zieh sich ihre Hose an. Okay. Dass sie ja keiner anguckt. Kommt. Ja, 10, 4. Was warten sie dann? Kommt. Ich kann nicht mehr. Und hier wegen der Einstellung. Sobald der Typ da kommt. Ja, ist der Typ schon da? Kommt. Negativ. Gut. Dann geben sie diesen Herrschaften Kuchen und Kaffee. Kommt. Hey, fangt gut. Ich will an mit Kuchen. Kommt. Fünfzehn Ende. Funkdisziplin. Wenn sie versuchen den Esel zu schieben, der Esel lacht sie aus. Ich reite geschwind und alles in die Prärie, dann noch einen schönen Abend. Nehmen Sie mich bitte mit. Los, wir reiten durch die Prärie. Liebes Police Department, wir müssen losreiten. Ja viel Spaß beim Reiten. Ich hab Depression, bitte. Ja, klatsch mir aufm Arsch und ich lauf davon. Das geht doch nicht. Na ja, klar. Officer Blick, Engblick. 3-4-2, 115 kommen. Oh scheiße! Bleib doch stehen! Bye bye, have a great time! Danke, ich kenne schon Weiblich 26. Wir merken alle Ws. Wir wissen genau, dass ihr Wahrheit nicht Weiblich 26 oder Weiblich 21 seid. Sondern Dieter, 58, 140 Kilo, also hört doch auf mit dem Quatsch. Ich merke an die Diskriminierung. Wir Weiblich 21 und Weiblich 26 sind empört über diese Aussage. Wir sind die Barbara und Renate. Du bist doch nur neidisch. Babsi und Reni out. Alter, was ist denn das schon? Oh, ich komm nicht hoch. Hast du ein Problem, Junge? Oh, oh, Emma! Äh, oh, 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 au, 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 au! Das ist wirklich, ich bin auch schon mal runtergefahren. Ich bin auch schon mit der Griefland. Juck mal, der Scheiß. Und wir sind hier gelandet, ey. Was ist hier los? Das ist hier los. Hallo, wir sind gleich hier, falls ihr runterfallen sollte. Aus ein Anles... Ein Anles... Sprachenlernen Bubble. Also Sprachkeller ist schlimmer als Riechen wegschweifen. Trinken im Dienst ist verboten als letzter. Wenn ich es übernese. Ist uns was zum Tattoo hier vorgegangen? Hehehehe. Und was sagen sie sonst so? Hehehehe. Und wer sind sie? Hehehehe. Welche Pd-Nummer haben sie? Hehehehe. So, haben sie alles verstanden? Ja, ich auch nicht. Tschüss. Hehehehe. 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 Mache ich gerne sowas. Und tschüss. Ey, f*** doch die Karre nicht. Bro, wohin läufst du? Ich lauf weg von Quincy. Okay, ich komm mit, bro. Let's go, bro. Ich kann nicht mehr, Quincy hab ich eingeholt. Bro, ich safe dich, ich safe dich, Bro, ich safe dich. Lass weiterlaufen. Ich safe dich. Wir machen 18.8. Wir machen 18.8. Guck, man muss ja vielleicht in Ordnung sorgen. Achso, werden wir, die was jetzt jeden Tag tun? Ja. Juhu, juhu, ich bin so stolz auf unsere LSBD-Einheiten, juhu. Kann ich sagen, ich werde es halt... Ich bin so stolz auf unsere LSBD-Einheiten, juhu, 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 ich bin so stolz auf unsere LSBD-Einheiten.